19, 18, 17, 16, 15 Oh Gott! Oh, kannst du noch Türme machen? Hier wieder einiges. Aber Hilfe! Da! An... Anni! Lauf mal in den Wald! Oh Gott, da kommt Lux raus! Nein, nein, besser nicht. Die verdriss jetzt unsere hier und dann... Ach, ich lebe wieder. Ja! So! Ich hab den... Die sind jetzt alle in der Mitte. Ich marschiere jetzt zur Mitte durch und helfe denen, die da festzunageln und eventuell zu vernichten, zu terminieren, wie der Fachmann auch sagt. Komm, 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 komm! Dominierend! Kein Unterschlupf, die Niedertrechtelung! Pah! So, mal... Äh, wie heißt der nochmal? Da, die nicht... Lux! Genau, Lux! Das war schon immer wie so ein Tier. Lux! Müssen Lux loswerden? Nein, die ist eine Bedrohung. Für das Imperium. Was für ein Imperium? Tja, das ist eine andere Geschichte. Hilfe! Nix da, mein Freund! Du kannst mich mal! Batsch! Haha! Friss das! Hilfe! Frisch dir beide! Terminiert! Terminiert! Hilfe! Der Schieß! Oh Gott, was ist denn da oben in der Ecke los? Das sieht ja absolut gefährlich aus! Wow, wie viele... Haha! Eine gigantische Güloknobel! Krass! Lux! Ich glaube, wir machen das auch in die Mitte. Weil da haben wir echt mehr von. Da ist nämlich gar nichts mehr los. Das sind keine Helden oder wie die heißen... Da, da mache ich mit. Ja, ja, ich bin schon unterwegs. Level 15. Wie weit? So, Z. Ähm, heilen. So, jetzt gleich. Ach, komm ich. Und mach dann meinen Speer und dann hier die Fahnen und dann diesen... Feuerkreis und... Blub. Form. Hä? So, jetzt machen wir mal den gottgleichen Tod gleich. Ja. Ein guter... Du... Ah! Schlag doch drauf! Hier ist Inkompetenz. Gerüchte werden von Neidern erfunden. Von dummen Verbreiteten, von Idioten geglaubt. Also von mir. Alles passt auf mich. Oh, zwei neue Mail. Schauen wir mal, von wem die sind. YouTube. Ah, beide von YouTube. Ah! Wer ist denn da oben? Schlangenmann, schön. Weg. Weg. Ah, da kommt ein Level 18er, zerfetzt den jetzt in tausend Stücke und geht am Arsch. Loks. Ich habe richtig viel Geld. Moment, ich habe eine Idee. Ich will gucken, ob ich dir Sachen hier nicht verkaufen kann. Ja, Verkaufen, Verteidigung, was Besseres. Abwehr, ähm... Rüstung? Ne, ich will Leben haben. Mhm. Leben. Was ist das denn? Aha, ja, komm. So. Blüpp gekauft und jetzt haben wir... mehr Spaß. Warte, dieses kleine... Ne, Luchs ist nicht so schade. Luchs ist weg. Oh, Jesus. Kein Unterschlupf für die niederträchtigen. Ja, kein Geld mehr. Schade, grad. Du kannst doch noch eine neue Klinge kaufen. Nö, geht nicht. Es ist schon alles weg. Tell me, Luchs. Nö, 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 nö. Warte, die voll laufen lassen. Immer die da. Ja, genau. Weil da kommt jetzt, äh, rote Armee. Ach, wie man das falsch verstehen kann. Ich freue mich. Geld, Geld, gib mir dein Geld. Nicht auf die Kloppen, die die gleich kaputt gehen, auf die, die noch nicht kaputt sind. So, neue Stufe und noch mehr Geld und Geld und Geld und Geld und Geld und Geld. Ja, genau, Geld. Genau, das R aufrüsten. Warte, du gehst vor. Da liegt was. Warte. Ah, wie. Du. Toll doch. Luchs. Hall auf, Luchs. Los, bitte, bitte, bitte. Ah, ich bin weg. Ein Gegner wird zum Berserker. Nur weil mich getötet hat, oder was? Ein Gegner wurde getötet. Boah, das dort Stunden, Leute. Ernsthaft. Und ich wollte auch heute ein paar Videos hochladen. Ja, ich, ich. Ach so. Ja, ich wollte eh nur die... Ich wollte Z drücken, nicht F. Ah. Ich muss Luchs killen. Luchs. Weil die ist gerade so geschwächt. Ah. Heute ist ein guter Tag zu sterben. Ja, ab geht's, Luchs. Dein... Pfeilball kommt... Dein Pfeilball kommt gerade an. Tragen von mir. Ah, Luchs kommt zurück. Obwohl, die rückt... Die sind auf. Da sind die wieder hier. Mann. Euer Team hat einen Inhibitor zerstört. Ein Verbündeter wurde getötet. Ihr stärkere Widersacher. So. Und jetzt seid ihr völlig... Ah. Komm. Bam. Ein Verbündeter wurde getötet. Nicht mehr lange. Okay, der ist schon tot, aber... Ja. Schwachsinn. Baa. Ja. Das hört sich an, als ob er das verkaufen will. Jetzt und immer da. Als ob er das verkaufen will. Aber was, weiß ich nicht. Komm. Ho. R. Ne, Quatsch. B. Ha. Warum haltet der Arsch sich? Luchs. Hilfe. Ich muss... Oh, was war das? Oh Gott. Oh Gott. Na, war... Oh Gott. Die Zeit wird hier immer größer. Ich sollte demnächst immer abholen, wenn die Punkte richtig runterrauschen. Das sieht zwar ein bisschen scheiße aus, wenn ich dann immer wieder abhaue. Aber... Aber... Ich glaube, das wäre zacktisch Klüger, oder? Obwohl wir sind... Äh. Gerade läuft hier alles so super, bin ich dabei. Haha. Oh Gott. Luchs. Oh, du wirst alle alleine platt. Pass auf. Euer Team hat einen Turm zerstört. Ich gehe jetzt auch in die Mütze wieder. Ja, lauf. Ja, lauft alle über mich drüber. Klar. Ich meine... Pff. So. Ja. Wieso? Soll man auch... Respekt, ne? Das... Ja. Nebensächlich. Euer Team hat einen Turm zerstört. Terminiert. Ah, was ist... Ach, das sind nur die... Ach, das ist kein Problem. Da brauche ich mich nicht drum zu kümmern. Ein Vasall hat einen gegnerischen Turm... Ein Verwundeter wurde getötet. Joa. Ein Vasall. Das ist jetzt der Held. Der geht gleich eh drauf. Ja, da. Doppeltötung. Hey, pff. Da ist ne Fliege. Bei mir. Also jetzt der Getötung ist nicht am Bildschirm hier ne Fliege. Da ist nämlich nix zu sehen. Ihr fliegt es nur bei mir. Hahaha. Supervasallen. Wie geil. Ein Supervasallen. Das ist doch mal... Ne Ansage. Komm. Wir sind hier, um zu dienen und zu verraten. Ah. Euer Team hat einen Inhibitor zerstört. Heil dich. Ich weiß nicht, was ich hier mache. Einfach Tassen klicken. Ah. Oh Gott, ich bin tot. Nein. Nein. Was soll ich da sagen, Leute? Ernsthaft, ich sitze hier und schweige. Schweige einfach und sehe, wie die Leute gewinnen. Ohne mich. Der Verbündete wurde getröntet. So, was können wir denn wieder? Meister, was haben wir denn heute? Feierabend, wie er ausgebaut hat. Hm, Angriff. Lebensraub. Haben wir fast gleich von geholt? Nicht. 2100. Warten, 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 warten. Was ist das denn? Ah ja, ich will den Angriffsschauern auch noch höher haben. Stimmt. Dann machen wir das so und jo. Oh ja, neue Sachen, wie das Duftbremst. Ach so, ja, schon. Ah, bin ich auch schneller? Oder bin ich das nur durch den Zaubersteißer? Ach, wisst ihr was? Ich kaufe mir jetzt was und dann bin ich schneller. Das nervt mich. Schön, ich will jetzt etwas verkaufen. Manches Geschicks verkaufe ich. Wenn ich schneller bin, ernsthaft. Nichts tränke, Bewegung. Ich will schneller, uh. Da, da haben wir doch was. Ha, kritische Treffer und schneller und aha. Das ist doch wie Musik in meinen, auf meinen Augen. Nein, oder? Ich hab's Essen da gekauft. Ah, ist doch verflucht. Naja, tja. Gewonnen. Auch ohne mich, ne? So großartig. Ja. So sieht's aus. Ja. Geil, ne? Tschüss. Ja.